Für mich war es sehr, sehr spannend. Ich habe mir gerade in dem Moment die Revue passieren lassen, wie man jetzt die Kornbäume sieht, wie man die geerntet hat, wie man sie getrocknet hat oder abgefüllt hat, wie man das alles verarbeitet hat und das jetzt wirklich in dieser Show unsere eigenen Kreide zu verarbeiten, war für mich schon ein sehr großes Erlebnis und macht mich auch ziemlich stolz. Der Abend war wunderschön, das Essen war sehr gut, ich bin wirklich begeistert. Untertitelung des ZDF, 2020